Arig und seine Gefährten und eine summende, brummende Fliege sind immer noch in Galvinos Werkstatt. So sieht es da aus. Und es gibt hier ein letztes verschlossenes Räumchen. Und ich frage mich gerade, ob es so gefährlich ist, dass die anderen Helden dazukommen sollten. Ja, die sind nicht so weit weg. Eigentlich. Ja, stellt euch mal da auf. An der Ecke. Eder und Danturans dahinter. Alot. Der müde Zahua. Und Zagani dahin. Und Itomak dahin. Arig, du schleichst mit dem verfluchten Panzer... Stopp. Ja, das war Itomak. Zurück. Arig mit dem verfluchten Panzerbrecher in der Hand macht hier mal die Tür auf. Freischalten mit Werkstattschlüssel. Oh. Soviel zum Thema Aufstellung. Alle Helden sind reingeplatzt. Galvino. Ein älterer Mann sitzt über einen unordentlichen Schreibtisch gebeugt im hinteren Teil der Werkstatt. Sein Fleisch ist eng über dünne, zerbrechlich wirkende Knochen gezogen. Nur an seinem Hals hängt es faltig herab. Er wendet sich um, als du eintrittst. Ein zorniges Stirnrunzeln, bereits in sein zerfurchtes Gesicht gemeißelt. Schon wieder da? Ich habe dir doch gesagt. Er zögert und blickt dich mit zusammengekniffenen Augen hinter verschmierten und verstaubten Brillengläsern an. Natürlich. Ein neuer Narr, der die letzten Narren ersetzt. Warum kommst du wohl in meine Werkstatt gestapft? Er zieht seine Worte in die Länge und mustert dich von oben bis unten. Ein verächtliches Lächeln huscht über sein Gesicht. Option 4. Ich verkaufe falsche Zähne. Ich habe gehört, du könntest ein neues Gebiss gebrauchen. Okay. Ich sehe übrigens gerade hier vor der Tür, dass immer noch Ariks Schleichkreis, dieser Gelbe hier. Okay, also. Warum sind die Helden eigentlich hier? Die Helden sind hier, weil Rennengild in Stahlwort gesagt hat, dass Galvino, der in der Nähe von Durgans Batterie wohnt, irgendwie vielleicht was wissen könnte, was hilfreich ist. So. Also eigentlich, sagt Arik, ich habe Fragen zu Durgans Batterie und zur weißen Esse. Ohne Umschweife direkt zum Thema. Das gefällt uns. Was? Er blickt über seiner Schulter zu der bronzefarbenen Golemfrau. Die heißt Teufelin von Karok. Was Arik freilich nicht weiß. Alles, um einmal eine kurze Pause von deinem endlosen Gerede zu haben. Die Stimme hallt aus dem Inneren der Golemfrau wieder. Haha, das Weib gefällt mir, sagt Alot. Oder ist es Iselmür? Wahrscheinlich eher Iselmür. Galvino kreischt vor Lachen. Hörst du das, Aymora? Noch jemand, der deine Beleidigungen und Sticheleien erdulden würde? Warten und Nichts sagen. Warten und Nichts sagen stoisch. Galvino dreht sich wieder zu dir. Aber du kommst, um die weiße Esse zu finden. Wie alle anderen auch. Knaben mit glatten Wangen und kühnen Träumen. Mädchen mit bunten Bändern an ihren Schwert scheiden. Seine Stimme hebt und senkt sich. Ein Singsang des Spotts. Oder auch alte Männer und Frauen, die noch ein letztes Mal nach Ruhm und Ehre jagen, ehe sie ausgelöscht werden, um wieder ins Rad zurückzukehren. Klingt das vertraut? Sein Lächeln ist starr, als er dich anblickt. Seine Augenwinkel zucken. Was kann ich denn sagen? Du hast das alles wohl schon öfter gesagt, nehme ich an. Ich strebe lieber nach großem, als im Schatten zu verwelken. Nee, das klingt verbittert. Vielleicht sollte ich dich dasselbe fragen. Oh, das ist böse. Tja. Ja, Arik tendiert zur Option 3. Das klingt verbittert. Vielleicht sollte ich dich dasselbe fragen. Spart ihr den Atem? Galvino zieht geräuschvoll Schleim aus seinem Rachen hoch und spuckt ihn in die Ecke. Nein, das werde ich jetzt nicht simulieren. Aber ich kann es mir lebhaft vorstellen. Ich habe diese Unterhaltung mit jedem einzelnen sturköpfigen Möchtegern-Abenteurer geführt, den diese Postenaugos in Stahlwart herschicken. Postenaugos? Nee, Postenagos. Aha. Geh zu Galvino, sagen sie. Er hilft dir bestimmt. Ja, genau das haben sie gesagt. Und die Teufelin von Karok. Bei ihrem schwachen Verstand ist ihnen wohl entfallen, was für ein viel beschäftigter und wichtiger Kerl du bist. In dem Schweigen, das folgt, scheint die Temperatur im Zimmer zu fallen. Galvino blickt sie zornig an. Ich hätte sie dich steinigen lassen sollen. Das hätte dein endloses Gemecker für immer verstummen lassen. Die herabhängende Haut unter seinem Hals zittert. Und die Teufelin wieder. Dann hättest du nichts als diese halb erfrorene Inzuchtbrut als Gesellschaft. Und Edea. So wäre es wohl, wenn Arloth und Iselmür zwei verschiedene Personen wären. Ja. Trischend. Und Arloth. Also bitte, ich klinge nach keinem der beiden. Oh je. Helden, das könnte hier gefährlich werden. Ein bisschen mehr Konzentration. Konzentration. Ihr seid auch nicht in allerbester Verfassung, ja? Und es mangelt mal wieder an Wahrnehmung. Option 1. Konzentration. Bitte Ulrich sagte, du könntest mir helfen. Das ist eine blöde Antwort. Mestre Galvino. Ich weiß ja, dass er gerne Mestre genannt wird. Diplomatisch. Ja, das wäre gut. Grausam, jämmerlicher alter Narr. Ich wusste, dass du mir nichts Nützliches sagen kannst. Nee. Option 2. Mestre Galvino. Ich wäre für eure Hilfe wirklich dankbar. Bitte. Natürlich wärest du das. Ohne mich wären hier doch alle aufgeschmissen. Ich. Er bricht plötzlich überrascht ab. Galvino hält inne und atmet tief durch. Er verschränkt die Hände und neigt den Kopf. Sientere. Es ist lange her, dass mich jemand so angeredet hat. Haha, es wirkt. Galvino räuspert sich, bevor er weiterspricht. Die Dorfbewohner und ihre Abenteurer hämmern und kratzen an der Batterie, als würden sie die Festung von irgendeinem fauligen Fürsten belagern. Er wedelt mit der Hand vor seinem Gesicht herum. Aber diese Steine wurden von einigen der besten Bauherren gelegt, die je gelebt haben. Jünger Abidons, im wahrsten Sinne. Die Mauern werden nicht durch den Willen von Gestandenen fallen. Und die Tür erst. Sie ist mit lebender Essenz getränkt. Er hält seine Hände vor sich, die Augen vor Begeisterung weit geöffnet. Ach, jetzt fehlt es mal Intelligenz. Option 4. Deswegen sind die Zwerge also verschwunden. Sie haben sich aus ihrer reichenden Festung ausgesperrt. Nein, das ist zu ironisch. Ja, es bleibt nur Option 1. Und wie gelangt man in die Festung? Mit den Geheimnissen der Parkrunenzwerge natürlich. Galvino tippt sich gegen seinen fast kahlen Schädel. Die Parkrunen von Durgans Batterie sind in ihrer eigenen Festung verendet. Opfer eines gewalttätigen Streits unter ihren eigenen Kommandanten. Sein Mund verzieht sich zu einem bösartigen Grinsen. Du hast im Dorf doch gewiss auch schon Geschichten gehört. Von verschwundenen Karawanen. Von Spuren im Schnee. Von Schreien aus den hohen Türmen. Er hält inne und beobachtet eine Miene mit der Leidenschaft eines Erzählers. Das Werk von Geistern, die noch in der Batterie gefangen sind. Und ein Zeugnis dieser uneinnehmbaren Mauern. Er klopft auf den gemörtelten Stein seines eigenen Heims. Aber die Tür der Festung. Die Tür, die von den Parkrunen mit Essenz gefüllt wurde. Sie hört zu. Sie erkennt ihre Meister. Die Tür muss mich also erkennen? Es kommt Arik bekannt vor aus den endlosen Tiefen. Nein, aus den endlosen Pfaden von Nordnoir. So rum. Und Galvino. Die traditionellen Ab-Tapu-Kulturen drehten sich um die Sprache. Worte offenbarten, wer sie waren und woher sie kamen. Deswegen brauchst du ein Festungslied. Er hält einen zuckenden Finger in die Höhe. Ah, jetzt kann Arik endlich mal auftrumpfen mit Wissen 6. Ah, ja. Handelt es sich dabei nicht um so eine Art Hymne? Galvino nickt. Ja, das ist die einfache Erklärung. Ein solches Lied ist eine Zweckerklärung. Eine Identitätserklärung. Jede Festung hat ein eigenes solches Lied. Und du ranz. Ha! Versiegle deine Tür mit einem Schlüssel aus Worten und jeder Lügner kann sich hineinplaudern. Alles, was aus Worten gebaut ist, zerbricht schon beim geringsten Druck. Da hat er nicht ganz unrecht. Und Galvino wieder. Um eine Festung wie Durgans Batterie zu betreten, musst du dich vor das Tor stellen und ihr Lied rezitieren. Er breitet mit strahlendem Gesicht die Arme aus. Option 2. Gähn. Faszinierend. Die Geschichte interessiert mich nicht. Ich will nur wissen, wie ich in Durgans Batterie gelangen kann. Ne. Vielen Dank, das ist sehr interessant. Leidenschaftlich. Ja, ich glaube, Arig ist hier mal leidenschaftlich. Option 3. Was für eine unglaubliche Tradition. Verus. Ein Jammer, dass die Postenagos hier diese Eleganz nicht zu schätzen wissen. Um das Lied zu lernen, musst du mit einem der Zwerge aus Durgans Batterie sprechen. Ein Jammer, dass sie alle tot sind. Was? Er reibt die Hände zusammen und schreitet auf und ab. Aber ihre Seelen leben gewiss in ein oder zwei Bewohnern von Stahlwart weiter. Wie guter Wein, der in einen billigen Topf gegossen wurde. Seine Lippen kräuseln sich angewidert. Er hebt einen Finger Richtung Decke und wackelt ihn hin und her. Aber sie zu identifizieren, das ist das erste Problem. Du würdest die Fähigkeiten eines Beseelers benötigen. Option 2, ganz klar. Ich bin Wächter. Die Golem-Frau dreht ihren Kopf scharf in deine Richtung. Ihr Gesicht und die Glasaugen dahinter zeigen keinerlei Emotionen. Es scheint aber, als würde sie dich genau mustern. Wächter? Die Verus? Wenn das stimmt, dann könntest du gewiss einen Seelen-Nachfahren aus Durgans Batterie finden. Aber das größere Problem besteht weiter. Galvino reibt sich die eingefallenen Wangen. Du müsstest das Lied von der schlafenden Seele lernen und dazu müsstest du sie erwecken. Ja, das ist irgendwie logisch. Aber diese Erweckung wäre unwiderruflich, nicht wahr? Oh ja. Die Person, die du erweckst, wird mit den Erinnerungen und der Persönlichkeit eines vergangenen Lebens leben. Vielleicht friedlich. Vielleicht aber auch nicht. Er zuckt mit den knorrigen Schultern. Deswegen musst du Acht geben, welche Seele du erwecken würdest. Und Sagani. Der Kerl hat wirklich ein Faible für Untertreibungen. Und Galvino wieder. Jemandem das aufzubürden, das ist... Monumental. Aber genau diese Leute sind es doch, die die weiße Esse wiederentdecken wollen. Verus? Er nimmt seine Brille ab und putzt die schmutzigen Gläser mit seinem Wams. Ich brauche also nur das Lied? Wer weiß das schon. Bisher hat noch niemand Durgans Batterie geöffnet. Galvino hebt die Hände mit den Handflächen nach oben. Aber die Gruppe, die vor dir kam. Ich glaube, sie war kurz davor. Vielleicht solltest du sie suchen und sehen, was sie herausgefunden haben. Ich habe gefunden, was übrig war. Ein Tagebuch und eine Kachel. Das stimmt doch gar nicht. Ich habe mich doch gar nicht gefunden. Wo finde ich die Sachen? Ich habe sie nicht gesehen. Seit sie vor einigen Wochen das erste Mal zu mir kamen. Aber ich habe gehört, dass sie sich mit einer Ogermatronin angelegt haben. Sein Mund verzieht sich zu einem trockenen Grinsen. Ach, das war die Expedition vom Bleiernen Schlüssel. Und deren Überreste hat Arek ja tatsächlich von Ogermatronin Berrigan bekommen. Im Rotwald. Jemanden erwecken, wie stelle ich das an? Bei einer Erweckung wird einfach nur eine schlafende Seele wachgerüttelt. Zurück ins Bewusstsein. Er führt mit seinen Händen eine Geste wie eine Explosion aus, die Finger weit gespreizt. Für gewöhnlich passiert so etwas, weil die Person an ein früheres Leben erinnert wurde. Oft gewaltsam. Er schlägt mit überraschender Kraft auf seine Werkbank. Alut zuckt zusammen. Um eine der ehemaligen Zwerge aus Durgans Batterie zu erwecken, musst du also die Seele ansprechen. Am besten mit ihrem Namen. Er verschränkt die Hände. Aber sei vorsichtig. Wenn du diese Seele untersuchst, oder was auch immer ihr Wächter tut, siehst du vielleicht Bilder, Erinnerungen. Er lädt sich vor, den Rücken gebeugt. Es gibt Augenblicke von besonderer Bedeutung. Was du siehst, wird dir viel über die Person sagen. Und vielleicht auch über den Zustand, in dem sie erweckt wird. Er hebt seine buschigen Augenbrauen und neigt den Kopf nach hinten. Erwecke sie aus einer traumatischen Erinnerung. Und wer weiß, vielleicht dürstet sie nach Blut. Oder vielleicht erweckst du jemand anderen. Er lacht wieder. Und Alut. Ei. Und wer weiß, vielleicht gibt es ein oder zwei Seelen, die einmal ordentlich aufgemischt gehören. Und Galvino wieder. Hier. Das ist auf die Äonen von Durgans Batterie gestimmt. Verwende es in der Nähe eines Dorfbewohners und es sagt dir, ob seine Seele alt genug ist, um aus der Batterie zu kommen. Er kramt ein merkwürdiges Gerät hervor. Du hast ein Gegenstand erhalten, Galvinos Resonanzverstärker zum Inventar hinzugefügt. Aha. Aha, danke für deine Hilfe. Galvino wischt dir Gedanken mit der Hand beiseite. Es ist eine Freude, ausnahmsweise einmal so einen höflichen Gast zu haben. Ein Jammer, dass du dir die Stiefel in Stahlwärts schmutzig machen musst. Und die Teufelin von Karok. Ich gehe mit ihm. Die Golem-Frau blickt zwischen euch hin und her. Ihr Hals dreht sich auf einem geölten Gelenk. Du? Nach Stahlwärts gehen? Ist das wieder dein makaberer Sinn für Humor oder ist in deinem hübschen Kopf, den ich ja gefertigt habe, etwas eingerostet? Galvino starrt sie verblüfft an. Und die Teufelin. Solange ich bei ihm bin, wird mich niemand belästigen. Außerdem kann ich ihm helfen, in Stahlwärts Leute zu finden. Das polierte Gesicht der Golem-Frau ist auf unheimliche Weise teilnahmslos. Du? Du warst seit 13 Jahren nicht in Stahlwärts. Und dieser Wächter sieht Seelen. Was könntest du schon für eine Hilfe sein? Außerdem brauche ich dich hier. Den kümmerlichen Rest deines bösen Lebens schuldest du mir. Er runzelt die Stirn und tippt sich mit einem krummen Finger auf die Brust. Die Golem-Frau sagt nichts, aber ihre Essenz kocht. Abscheu steigt in heißen Wellen von ihr auf. Sie dreht ihren Kopf, um dich anzusehen. Was hat es mit euch beiden auf sich? Galvino lacht, hustend und keuchend. Dieses bezaubernde Exemplar ist eine verurteilte Mörderin. Die Teufelin von Karok wird sie genannt. Und die sagt, Und Galvino Und die Teufelin Hey, ich weiß, wie man ein Lagerfeuer entfacht. Und Galvino Es gibt nur einen Grund, warum sie noch keine gefrorene Leiche ist. Ich habe den alten Bürgermeister überzeugt, mich ein Experiment durchführen zu lassen. Ein Schatten huscht über sein Gesicht. Und Arik schließt, beziehungsweise denkt logisch. Du hast die Seele einer Person in einem metallenen Körper verpflanzt. Galvino lehnt sich zurück und hebt die Hände. In ein Kunstwerk. Sieh dir das an. Handwerkskunst, die einem Juwelier würdig wäre. Er streicht über die filigranen Verzierungen am Kind der Golemfrau. Voll bewegungsfähige Glieder. Sie kann einen Stift halten und ihren eigenen Namen schreiben. Er greift ihre Hand und beugt ihre Finger. Und die Teufelin Und deine Käthe zerdrücken. Sie reißt die Hand zurück. Und Galvino Zeig mir einen anderen Schmied Irgendwo im Dürwald, der zu solch filigraner Präzision fähig ist. Sie ist ein Meisterwerk. Galvino tritt einen Schritt zurück Und blickt sie länger an. Hast du keine Angst, dass sie dich ermordet? Galvino zuckt mit den Schultern. Sie ist vielleicht verrückt, Aber sie ist nicht dumm. Alleine würde sie nicht lange überleben. Wenn die Dorfbewohner sie nicht jagen würden, Würden die Elemente sie zugrunde richten. Ihre Gelenke und Mechanismen müssen gewartet werden. Und das kann sie nicht alleine tun. Und die Teufelin Siehst du, er erinnert mich daran, damit ich nicht auf dumme Gedanken komme. Warum nennt man sie die Teufelin von Karok? Sie hat ihr erstes Verbrechen im Dorf Karok begangen. Eine ganze Familie hat sie in ihrem Haus verbrannt. Er zuckt mit den Schultern. Obwohl sie in einem halben Dutzend anderer Dörfer das gleiche getan hat, blieb der Name hängen. Dein Experiment kam beim Rest des Dorfes wohl nicht so gut an. Und die Teufelin Geht das schon wieder los? Sie rollt die Augen, die in ihren Augenhöhlen rattern. Und Galvino Sie hätten sie ohnehin gesteinigt. Warum soll man sie dann nicht für einen nützlichen Zweck verwenden? Seine Lippen ziehen sich von gelben Zähnen zurück. Und die Teufelin Mein Lebensziel Dem nützlichen Zweck von irgendjemandem dienen. Und Galvino Ich habe mich an Bürgermeister Küneheot Gewandt Und ihn angebettelt. Er erkannte das Potenzial Und gestattete mir das Privileg, Mein kleines Experiment durchzuführen. Galvino verzieht verächtigt das Gesicht Ob dieser schmärchlichen Formulierung. Seine Schultern sind gebeugt, Seine Zähne geflitscht. Dann gelang mir, Wovon nur wenige Besäler überhaupt jemals geträumt hatten. Ohne akademische Unterstützung, Ohne Gönner Nur ich allein, Mitten im Nirgendwo Er rammt seinen Finger in seine konkave Brust. Und die Teufelin Jetzt hast du ihn aufgeregt. Und Galvino Ich habe eine völlig intakte Seele Von einem lebenden Subjekt Auf einen künstlich hergestellten Körper übertragen. Sie hat ihre Persönlichkeit beibehalten, Ihre Erinnerungen, Alles. Er stochert mit einer Hand, Die mit dicken Adern überzogen ist, In der Luft herum. Aber die Dorfbewohner Haben nur eine gestohlene Leiche gesehen. Er wirft die Hände in die Luft. Warum hast du sie gebaut? Warum baut man eine Festung Oder ein Dorf Oder überhaupt irgendwas, Um etwas zu schaffen, Das Bestand hat, Das Ein angewidertes Seufzen Rasselt in seiner Kehle. Es war in den frühen Tagen Des Vermächtnisses. Meine Kollegen In den Schulen der Beseelung Füllten die Hohlgeborenen Mit den Seelen von Tieren. Er hält inne Und kratzt sich am Kinn. Und Arloth Du warst recht. Im Vergleich klingt das Vollkommen geistig gesund. Er verdreht die Augen. Und Galvino Ich dachte, Es gäbe einen besseren Weg. Galvino schweigt Mehrere Sekunden lang. Sein Blick wirkt Geistesabwesend. Und die Teufelin Mit einer bequemen Stelle In der Akademie in Selona. Vergiss den Teil nicht. Und Galvino Blickt sie mit Zusammengekniffenen Augen Zornig an. Und Sagani Es ist also so ein Streit Darüber, Wer die Speere putzt, In dem es eigentlich Gar nicht um Speere geht. Okay, Das verstehe ich nicht. Mehr wollte ich nicht wissen. Sie ist ein gutes Objekt Trotz ihrer Persönlichkeit. Galvino lässt seine Hand Kreisförmlich in der Luft wedeln. Die Golem-Frau sagt nichts, Aber ihre Essenz kocht. Abscheu steigt In heißen Wellen von ihr auf. Sie dreht ihren Kopf, Um dich anzusehen. Jetzt soll sie mit mir reisen. Ist das dann ein Gefährte? Also muss ich dann jemanden Heim schicken? Das wäre mir gerade Relativ unrecht. Auf der anderen Seite Möchte ich aber auch Jeden Gefährten einsammeln, Den es gibt. Oh, Schwierig. Naja, Wenn ich Alle Potenziellen Gefährten Einsammeln möchte, Dann muss ich jetzt sagen, Ich möchte, Dass sie mit mir reist. Kue? Nein, nein, nein. Du hast ja keine Ahnung, Was du da verlangst. Er schüttelt den Kopf Und winkt mit den Händen ab. Diese Frau, Die Teufelin von Karok, War eine berüchtigte Mörderin. Sie hat überall In der Region Unzählige Opfer Bei lebendigem Leib verbrannt. Außerdem Arbeitet sie für mich. Schließlich war ich es, Der sie konserviert hat. Er richtet sich auf Und mustert dich Von oben bis unten. Jetzt fehlt es mir wieder An Wahrnehmung. Ich bezahle dich, Kann ich noch sagen. Ich sag das mal, Ich bezahle dich. Hör mal, Aimiko, Wenn du so darauf versessen bist, Mit ihr zu reisen, Halte ich dich nicht auf. Aber gehen wir Einen gerechten Tauschhandel ein. Ja? 500 Kupferpant, Das ist ja für Arik Nicht wirklich viel. 500 Kupferpant zahlen. Abgemacht. Die Teufelin von Karok Wendet sich Galvino zu. Ein guter Preis Für den Handlanger eines Schmieds. Ich sollte mich Geschmeichelt fühlen. Und sie ist tatsächlich, Oh, Fischeingeweide und Mord Errungenschaft freigeschaltet. Ah. Sie ist tatsächlich Ein Gefährte. Und jetzt muss ich tatsächlich jemanden wegschicken, aber das werde ich dann mit ihr machen, weil ich möchte gerne mit Zahua, also ja, mit Zahua gemeinsam reisen, weiterhin. Aber mit ihr, mit ihr wird zu sprechen sein. Sie ist ein Schurke. Ah, das ist natürlich interessant. Wenn sie ein Schurke ist, dann spiele ich mit dem Gedanken, dass ich sie für Sargani austausche. Das Problem ist, dass ich jetzt hier nicht Ausrüstungsgegenstände von Sargani an die Teufelin von Karok übergeben kann, was ich eigentlich mal ausprobieren würde dann. Deswegen mache ich jetzt mal gerade Folgendes. Ich werde jetzt sie anwerben und dann mit den Helden zwangsläufig nach Kate Nua zurückkehren. Dort ein paar Sachen von Sargani an die Teufelin von Karok übergeben und dann hier wieder herlaufen und rein rollenspielerisch passiert das alles jetzt in diesem Augenblick. Also die Teufelin von Karok kommt dazu und Sargani gibt ihr so ein paar Sachen und dann läuft Sargani zurück nach Kate Nua und die Teufelin bleibt dabei und hat dann halt die Ausrüstungsgegenstände von Sargani so im Großen und Ganzen. Und schon haben wir eine Abmachung. Galvino grinst dich sardonisch an. Einen Augenblick. Du gehst doch zurück nach Stahlbert, nicht wahr? Vielleicht kannst du mir einen Gefallen tun. Galvino blickt dich nachdenklich an. Was für ein Gefallen ist das? Galvino verschränkt seine Finger. Es gibt im Dorf einen Mann namens Gründe, den Ding in den Teller mit Fleckenrückenbarschen füllt. Aber ich weiß, dass er nicht so tugendhaft ist, wie es scheint. heimtückische Freude strahlt in seinem faltigen Gesicht. Du scheinst eine Vorgeschichte mit Gründe zu haben. Dieser selbstgerechte Mistkerl hat meinen Rauswurf aus dem Dorf eingefädelt. Er hat sie alle gegen mich aufgewiegelt. Nun soll er selbst den Zorn dieser weichbirnigen Dummköpfe spüren. Was genau soll ich mit ihm tun? Ihn bloßstellen natürlich. Seinen Nachbarn zeigen, was er wirklich ist und ihn mit der Schande leben lassen. Er deutet Waag in Richtung des Dorfs. Sein dünner Arm zittert. Er ist schon immer süchtig nach Rieselschwamm. Nur weiß er es gut zu verstecken, seit seine heilige Schwester gestorben ist und er allein für die Fischerei verantwortlich ist. Aber er versteckt in der Fischerei seinen Vorrat, schleicht sich nachts hinein, wenn die anderen nach Hause gegangen sind. Und kommt ein paar Stunden später dösig und bedrohten Augen wieder hinaus. Ich will, dass du ihn bloßstellst. Gehe nach Einbruch der Dunkelheit in die Fischerei, wenn sie leer ist. Finde seinen Rieselschwamm und zeige ihn Rennen gilt. Aha. Galvino hält eine Hand hoch. Antworte mir nicht jetzt sofort. Aber wenn du in diesen Schandfleck von Dorf zurückkehrst und der Fischgeschange in der Luft riechst, dann denk an meine Worte. Er grinst. Und da die Helden schlau sind. Außerdem hast du doch Spaß an guten Streichen, oder? Die Verus. Dieser hier wird ein großes Vergnügen werden. Aber du musst nachts in die Fischerei gehen, wenn sie leer ist. Wenn sie dich tagsüber beim Stehlen erwischen, machen sie dir die Hölle heiß. So. Und jetzt erstmal lebwohl. Quest aktualisiert. Der Einsiedler in der Weißmark finde Galvinus Hütte in der Nähe der von Dorans Batterie habe ich gemacht. Und neue Quest. Einer ist entwischt. Behaltet die Teufelin von Karok im Auge. Ja. Und Quest der Trauerzirkel abgeschlossen von Kana und Quest aktualisiert. Die Buße des Fischers durchsuchen nachts die Fischerei. Noch irgendwas? Nee. So. Und jetzt kommt genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich kehre mal gerade jetzt nach Ketnurua zurück, tausche Sachen von Sagani und wie heißt sie? Teufelin von Karok aus. Ich werde zwangsläufig mal zwischendurch schlafen müssen, weil die Helden sonst total Miju sind, wenn ich sie hin und her schicke. Und komme dann genau hier an die Stelle wieder zurück. Und rein rollenspielerisch ist dann gar nichts passiert und dann wird die Unterhaltung mit Galvino fortgesetzt. Und dann nutze ich gleich mal die Gelegenheit, um dieses lange Video zu beenden und weiter hier mit den Helden in Galvinos Hütte geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin.